Heute möchte ich mich bei euch bedanken, aber vor allem bei ein paar Kanälen speziell, daher folgt eine Danksau. Allererst brauchen wir eine Kaffeetasse, dann nehmen wir uns eine ganz normale französische Knoblauchsuppe und geben das Ganze in die Tasse. Dann gießen wir das Ganze mit Wasser auf und fertig ist die Knoblauchsuppe Delfagic Mom Style. So meine Lieben, jetzt wisst ihr wie man eine französische Knoblauchsuppe Delfagic Mom Style macht. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, macht es gut. Hallo, willkommen zu der Miss Peggy Show. Ich freue mich. Ja, heute machen wir wieder mal was ganz lustiges hier. Also wenn man so darüber nachdenkt, das ist ja auch alles ganz lustig. Oh, was haben wir denn hier? Wo wir mal die Zauberstelle? Sieh im Saladin. Oh, mein Gott, was haben wir denn hier? Oh, es leuchtet. Ist ja ganz wunderbar. Wunderschön. Ich könnte ein Review machen, aber dafür bin ich heute zu cool. Danke fürs Vorbeischauen. Wiederholfen. Bis so in einer weiteren Folge. Baba! Ja, ich bin die Ananas. 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 Today I'm going to show you how to play some sick ass guitar. What we need? We need a guitar. Check. What we also need? A hand. Also check. And that's all what you need for playing some sick ass guitar. Now, play this and you'll be showing off to everyone, whoever's watching this. What? 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 What is this? I curse you, Blackmagic! Willkommen zu den Lady News mit mir Florian Strelitz. Fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Sämtliche Currywurstbuden mussten nun zusperren, da festgestellt wurde, dass sämtliche Currywürste in Berlin aus dem Berliner Flughafen stammen und dort Asbest hineingeriet. Ja und woher bekomme ich jetzt meine Currywurst? Machen wir weiter mit den Nachrichten aus dem Ausland. Washington DC. Der US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, Berlin mit Langstreckenraketen niederzuebenen, da er nun keine Currywurst mitbekommt. Haben wir eigentlich ein Foto von dem Übeltäter? Wenn wir unbedingten, dann besser reden können. Jetzt fallen keine Whips. These machen functionally zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020